Guten Tag, herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Heute üben wir das Verb sprechen. Wir konjugieren das Verb sprechen. Sprechen ist kein regelmäßiges Verb. Sprechen ist unregelmäßig. Wiederhole nach mir. Ich spreche. Ich spreche. Ich spreche Deutsch. Ich spreche Deutsch. Du sprichst. Du sprichst. Du sprichst Deutsch. Du sprichst Deutsch. Er, sie, es spricht. Er, sie, es spricht. Er, sie, es spricht Deutsch. Er, sie, es spricht Deutsch. Wir sprechen. Wir sprechen. Wir sprechen Deutsch. Wir sprechen Deutsch. Ihr sprecht. Ihr sprecht. Ihr sprecht. Ihr sprecht Deutsch. Ihr sprecht Deutsch. Sie, sie, sprechen. Sie, sie, sprechen. Sie sprechen Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Das war die Konjugation des Verbes Sprechen. Gut gemacht. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss.